Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich fand wieder bei mir zu Hause ein kleiner Rohkost-Pottlack statt mit lieben Freunden. Und mit diesem Video möchte ich euch wieder einen kleinen Einblick geben und euch zeigen, wie vielfältig und bunt eine Rohkost-Ernährung sein kann. Los geht's! Heute gibt es bei mir zu Hause wieder einen mega genialen Rohkost-Pottlack mit lieben Freunden. Hier seht ihr das Buffet. Es ist wirklich Wahnsinn, was alles so möglich ist mit der Rohkost. Ganz einfach, also einfache Rohkost seht ihr auch, aber auch sehr raffiniert. Und ich gehe jetzt mal kurz drüber und sage euch kurz, was ihr hier alles sehen könnt. Das hier ist die herzhafte Ecke oder die gemüsige Ecke. Hier haben wir kleine Tomaten und Paprika, die sind regional, aus Thüringen, aus dem Garten. Selbstanbau, sehr, sehr lecker und aromatisch. Dann haben wir hier ganz fantastische Pizza-Brot. Ich denke mal, die Basismasse sind Leinsam. Genau, Leinsam, ganz wenige Zutaten. Dann ein paar frische Gartenträuter wie Basilikum, Oregano, Salbei, Kürbiskerne, Flohsamen und ein bisschen Rauchsalz. Sehr gut. Dann haben wir hier so eine Art Blumenkohlreis. Oder ist das Blumenkohlreis? Mit Blüten einfach. Dann, das sind Süßlopänen-Sprossen. Dann Möhren und Zorini auch aus dem Garten. Also aromatische Möhren und Zorini. Dann haben wir hier gedörrte Gemüsespieße. Die bestehen einfach nur aus Zorini, Paprika und Champignons. Und diese Stücke werden vorher auch noch schön würzig mariniert. Hier haben wir marinierte Pilze. Dann regionale Ochsenherztomaten. Sehr aromatische Tomaten mit Basilikum. Dann zerkleineter Chinakohl. Zerkleinerter Eisbergsalat. Dann geraspelte Gurken. Hier haben wir orangefarbene Paprika. Kommt direkt aus meiner Bio-Kiste. Dann noch gelbe Paprika. Kommt auch aus meiner Bio-Kiste. Dann haben wir hier noch ein bisschen ein Dressing. Besteht aus geschälten Hanfsamen, Cashew-Moos, Knoblauch, Petersilie, ein bisschen Zitronensaft und Salz. Hier gibt es noch Paprika. Also auch so fein geraspelter Paprika. Dann hier panierte Zwiebelringe. Hatte ich auch schon ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich oben in den Infokarten. Und dann hier noch ein ganz, ganz leckerer Dip. Fanny, was ist da enthalten? Das ist quasi wie mein Soße-Hollondesse-Rezept. Und das habe ich als Dip gemacht. Das besteht aus Mandelmus, noch goldenen fermentierten Chlorella, Hefeflocken, Rohkost-Senf, Limettensaft, Knoblauch, Salz und Kokoswasser. Hm, klingt auf alle Fälle gut. Dann haben wir hier noch Rohkost-Burger. Sieht vielleicht jetzt erstmal nicht so spektakulär aus. Die sind von unserem Mitbewohner, dem Henry. Der hat sich da gestern ganz viel Mühe gegeben. Da sind richtige Burger enthalten. Vielleicht könnt ihr das Dunkle hier sehen. Die wurden auch über Nacht gedörrt. Oder gestern Abend hatte die noch gedörrt und dann nochmal ein bisschen angewärmt. Und die schmecken wirklich fantastisch würzig. Und da gibt es noch Senf und so eine Art Ketchup dazu. Also Klinen-Ketchup, dann Avocado, Zwiebeln, Gurken. Und das Brot besteht nicht aus Weizen, sondern wirklich ein gesundes Brot in Anführungsstrichen. Das ist einfach nur Eisbergsalat. Und darauf bin ich wirklich auch sehr gespannt, wie das schmeckt. Dann haben wir hier noch ein paar Sprossen. Alfalfa, Rettich, Erbsengrün und so Mumbon-Sprossen. So ältere Mumbon-Sprossen. Dann haben wir hier noch Brokkoli-Sprossen. Und ich glaube, hier gibt es noch fein geraspelte oder so zerheckselte Brennnessel. Und dann noch selbstgezogene Linsen-Sprossen. Das ist wieder der fantastische Salat vom Joachim. Der ist aber gerade noch nicht da. Der kommt dann erst etwas später. Der ist gerade noch bei einem anderen Pottluck. Diesen Salat hat er auch schon ganz oft für unsere kleinen Pottlucks mitgebracht. So eine Art Chili-Sinkana haben wir jetzt gerade überlegt. Mit Mais und Gurken. Paprika, Tomaten, getrocknete Tomaten. War auch Tomaten auch ein bisschen dabei? Ja, genau. Mandeln auch. Also wirklich sehr lecker und sättigend. Vor allem da mit viel Sprossen und Grün und Salat. Schmeckt das wirklich sehr, sehr gut. Hier haben wir dann noch so ein bisschen Gurke, Tomaten, Zwiebeln. Ich glaube, das gehört hier noch mit zu diesen Bürgern. Und wie sagt Henry gleich dazu? Patty was? Burger-Patties. Burger-Patties sagt Henry zu diesem Rezept. Zu denen hier hat er Burger-Patties gesagt. Okay. Hier haben wir dann die süße Ecke. Also das Gemüse, das herzhaft überwiegt. Aber hier auch eine sehr leckere süße Ecke. Die Fanny hat wieder weiße Schokolade mit Kakao-Nipp selber gemacht. Du süßt sie ja immer mit Yakon-Sirung. Das zeichnet sich ja durch einen niedrigen glykämischen Index aus. Und das Süßungsmittel empfiehlst du ja auch immer. Auf jeden Fall. Neben Datteln natürlich. Aber für Diabetiker ist Yakon-Sirup gut geeignet, weil es hat einen glykämischen Index von 1. Und das Gute ist auch, diejenigen, die jetzt mit Fructose nicht so viel am Hut haben, da liegt die Fructose in Form von Fructo-Oligosacchariden vor. Also die haben dann mehr Ballaststoffcharakter, weil der Körper die nicht verwerten kann. Und es ist auch noch Inulin als Ballaststoff enthalten, sodass es auch positiv sich auf die Darmgesundheit auswirkt. Also ihr hört die Fanny, die kennt sich aus. Und wenn ihr mehr davon hören möchtet, was Fanny zur Gesundheit sagt, dann schaut mal auf ihren Kanal Fit mit Fanny vorbei. Und da sind ja auch ein paar Rezepte oder kommen noch Rezepte. Einige Rezepte werdet ihr auch bei Fanny finden. Du hast ja erstmal so Gesundheitsvideos, Bewegungsvideos, machst ja auch ganz toll, auch so ein bisschen Yoga. Und ja, ich hoffe ja mal, dass du irgendwann mal hier zu diesem leckeren Rohvegan-Nougat ein Video machst. Wirklich aus sehr wenigen Zutaten. Wie viele, vier, fünf Zutaten? Genau, also in dem Fall sind jetzt nur Haselnussmus, Kakaoboda, wieder Yakon-Sirup, Kakaopulver und Meskite. Also wirklich fantastisch. Das schmeckt auch nicht so süß, sehr aromatisch. Also das beste Nougat, was ich je gegessen habe. Da kann wirklich kein gekauftes Nougat, also wenn ich mich noch so früh erinnere, weil das war immer sehr, sehr, sehr süß. Also es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und hier ist noch was von der Fanny. Fanny, wie hieß das nochmal? Genau, das sind kleine Himbeer-Pediphots mit Himbeeren aus dem Garten. Der Boden besteht aus Haselnüssen, Walnüssen, Sesamen, Datteln, noch Prise Zimt habe ich noch reingemacht, ein bisschen Limettensaft, eine Banane ist noch drin und ich habe das Ganze mit Flohsamenschalen abgebunden und noch einen Schuss Kokosmilch, also kein Fett, keine Kakaobutter. Das ist auch jetzt bei den warmen Temperaturen sehr leicht bekömmlich. Und dann auch schön mit Blüten dekoriert, mit so getrockneten Blüten. Und das ist auch so was Süßes, was Herzhaftes, so was wie ein Energiesnack. Genau, das sind so Protein-Bars. Die sehen zwar herzhaft aus, sind aber süß, obwohl sie auch Bars von Süßlupinensprossen sind. Und dann habe ich noch Mandeln, Kürbiskerne und Sesam mit integriert. Enthält ja alles so um die 20 Gramm Protein auf 100 Gramm. Gesüßt ganz natürlich mit Datteln und Bananen wieder. Bisschen Limette so als Gegenpart. Und Zimt und Vanille. Wirklich fantastisch. Und von Fanny ist auch noch dieser geniale schokoladige Aufstrich. Wie heißt das? Ich nenne den immer Kasszintellas. Vier Zutaten. Cashewmousse, Dattelcreme, Karobzimt. Oh, Wahnsinn. Und dann wieder schön mit getrockneten Blüten dekoriert. Also da bin ich auf alle Fälle gespannt, wenn ich mal wieder von deinen Köstlichkeiten probiere. Das ist nicht selber gemacht. Das ist gekauft. Das sind verschiedene Sorten Nukao. Da gibt es von Nukao auch ganz tolle Schokoladen. Ich glaube, das ist hier die Sorte Weiße Nougat, Weiße Himbeer. Dann ist, glaube ich, noch Cashew-Vanille und noch eine andere Sorte. Ich glaube, Kokoszimt dabei. Das sind noch halbgetrocknete Feigen. Dann haben wir noch Energiebällchen. Die bestehen einfach aus Kokos, Flocken, Datteln und Zimt. Genau, das war es erst mal. Ich glaube, das eine oder andere kommt noch dazu. Wir sind nämlich noch nicht vollzählig. Das werde ich dann auf alle Fälle auch noch filmen, wenn dann noch ein oder zwei Speisen dazukommen zu diesem fantastischen Pottluck. Ein was hätte ich ja fast vergessen. Und zwar sieht es vielleicht ein bisschen unspektakulär aus. Das ist ein fantastisches rohveganes Dessert. Das ist Butterkekscreme. Und diese Butterkekscreme, die besteht einfach nur aus Fleisch von Jungtrinkkokosnößen, etwas Kokoswasser, Datteln und Vanille. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich oben in den Infokarten. Hier gibt es jetzt noch eine tolle... Eine tolle Gemüsege, ein tolles Gemüseges mitbringen. Silvia, was ist das? Gemüsebeet. Heißt das wirklich so? Nennst du so? Nennst du so? Also das sind auf alle Fälle Salatblätter, dann Gurke, rote Beete. Das hast du aber schon so wie Salat, das hast du ein bisschen angemacht. Ja, also hier ist Avocado mit drin. Die Pilze ist mit Knobi und Petersilie. Das ist Rettich und Gurke. Und dann schöne Blüten. Das ist die Eisblume. Die Blätter kann man essen. Warte ich doch mal probieren. Also die Blüten weiß ich nicht, aber die Blätter kann man auf jeden Fall essen. Seit vielen Jahren schätze ich diese vitalisierende Ernährungsform, die Rohkosternährung. Ihr habt ja gesehen, bei diesem Potlark gab es auch stark zubereitete Rohkost, also ein bisschen dichtere Rohkost. Im Alltag schätze ich eher die einfache und schlichte Rohkost und bereite auch nicht so viel zu und vermische auch nicht so viel. Aber ich freue mich natürlich dann auch, wenn es wieder mal ein Treffen mit Freunden gibt, mal etwas dichtere oder aufwendige Rohkost zuzubereiten. Und das kann ich dann auch für diesen Moment genießen. Neben diesen tollen rohköstlichen Speisen bei so einem Potlark genieße ich natürlich auch den freigeistigen Austausch mit Gleichgesinnten. Gerade in der heutigen Zeit ist es mir fast wichtiger als die Nahrung selbst, weil auch dieser freigeistige Austausch eine Art von Nahrung ist. Zumindest für mich persönlich. Das war es wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video, diese Inspiration gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, euer Feedback zu diesem Video. Ich freue mich über Austausch und ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.